Und ich oute mich, ich oute mich als Fan von Ariane Roth. Ich finde sie großartig, großartig. Ich habe sie bei LinkedIn entdeckt und war da sofort begeistert und auch auf eine Art und Weise fasziniert von ihrer Ausstrahlung, von dem, was da Positives rüberkommt, sowas Reines, Klares. Also man fühlt sich, wenn man sie sieht, sofort umarmt in einer Form und man fühlt sofort auch eine gewisse Nähe zu ihr. Und dann durfte ich in ihrer Masterclass mitmachen, in der Gesangsmasterclass. Ich kann ja nicht singen, sage ich immer. Und deshalb dachte ich, ich lerne das bei ihr. Ich war begeistert, wirklich begeistert von ihrer Hingabe, wie sie die Teilnehmer da begleitet hat. Es ging gar nicht nur ums Singen, na klar haben wir gesungen, aber ich habe als Moderatorin, ich moderiere schon seit 26 Jahren im Fernsehen, nochmal so viel dazugelernt über die Kraft meiner Stimme, wie ich meine Stimme pflegen kann, wie ich sie noch kräftiger einsetzen kann und wie ich sie beim Singen vor allem auch richtig einsetze. Es hat so viel Spaß gemacht, ihre Meisterklasse, die möchte ich jedem empfehlen. Nicht nur Menschen, die singen möchten, sondern vor allem auch Menschen, die viel reden müssen, die eine Präsenz mit ihrer Stimme rüberbringen wollen. Also da ist Ariane die Beste, die es gibt, kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich so tolle Erfahrungen mit ihr gemacht habe. Und ihr liegen ihre Kunden total am Herzen. Und das ist das, was mich auch so fasziniert hat und weshalb ich auch so gerne in ihrer Meisterklasse war, weil ich gemerkt habe, das ist nicht hier irgend so ein Programm, was sie abspult. Ganz im Gegenteil, sie war ganz nah an jedem Einzelnen dran und hat dafür gesorgt, dass es jedem gut geht. Also meine hundertprozentige Empfehlung für Ariane Roth, für jeden, der mit seiner Stimme Menschen erreichen möchte, sei es im Sprechen oder auch mit Singen.